ARD Text im Auftrag von Funk Mann! Du, Alex, da ist ein Mädel draußen. Soll ich die wieder wegschicken? Was sind für Mädel? Keine Ahnung, aber die macht einen guten Eindruck. Dann hast du schon wieder in Klamotten gepennt. Wo ist denn der Besuch? Der Besuch heißt Paula und ist ein Rendezvous wie verabredet. Bitte schön. Nein. Ach doch, Brüderchen. So. Kann sich nicht mal dein Ex um ihr Kleine kümmern? Der Kindsvater hat heute Bereitschaftsdienst.